Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Disziplin vor der Folge 151 des Hauptstadt-Derby-Podcasts. Lieber Sportsfreund Beek, Sie haben hier ausnehmend wenig zu lachen, um das mal so zu sagen. Denn die Situation hatten wir noch nie, aber eine Situation ist immer gleich, nämlich die Musik. Geht nicht heute, ist egal, schneide ich raus aus dem Audio. Der rbb Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt-Derby, der Union und Hertha-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Ganz, ganz liebevoll drapiert Axel Kruse nochmal das Hertha-Trikot, was hier vor uns im Nachrichtenstudio des rbb an der Masurenallee liegt. Genau wie das Union-Trikot. Das sind die Geschenke aus der Folge 150, die wir heute also verlosen werden. Versprochen ist versprochen und damit herzlich willkommen zu Folge 151 des Hauptstadt-Derby-Podcasts. Sportlich eine Herausforderung. Wir haben es mit zwei Niederlagen zu tun, aber wer könnte die besser verarbeiten und verbal verkraften als unsere beiden Experten, die sich von ihrem 150. Jubiläum einigermaßen erholt haben. Für einen gab es gleich noch einen Geburtstag hinten drauf. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, lieber Axel. Schön, dass du auch in fortgeschrittenem Alter immer noch hier für uns verbal am Ball bist. Wir freuen uns. Du musst das Mikro nehmen, auch im Alter. Danke, Genosser Walstorff. Sehr, sehr gerne. Und Christian Beek ist auch hier, hat heute so ein latentes Hertha-Blau, also dunkelblau. Aber nur latent. Das ist doch kein Hertha-Blau. Weil Axel letzte Woche rot-weiß. So ein rot hatte, so ein schönes rot-weiß hatte. Sehr zur Freude von Christian Arbeit könnt ihr euch noch angucken in unserer YouTube-Fassung von diesem Podcast. Denn wir sind natürlich in Wort und Bild jeden Montag neu zu hören. Heute müssen wir hinne machen, denn morgen wird es ja schon wichtig, Union spielt Champions League. Aber da kommen wir gleich drauf und stellen uns die Frage, ob diese Mannschaft eigentlich jetzt gerade ein Champions League-Spiel braucht. Aber das werden wir ja sehen, Christian. Und zunächst gab es Bundesliga-Fußball, der sechste Spieltag an einem Wochenende. Das muss ich noch kurz sagen. Ich fahre ja mit dem Fahrrad von Lichterfelde hier hoch. Also mein Weg zur Arbeit fühlte sich heute an wie ein Sonntag. Das arbeitet ja gar keiner heute. Also im RBB alle für eure Rundfunkbeiträge. Vielen Dank dafür. Aber ansonsten glauben wir das. Du hast heute aber auch schon gearbeitet. Ja, es war leer. Also man konnte kurz und knackig durch die Stadt schlitzen quasi im Runde. Und Axel, die Firma ist zu. Heute Brückentag? Nein, aber ich habe noch nicht gearbeitet. Ich musste früh aufstehen. Mein Freund Fabian Lustenbergers Familie war zu Besuch. Eine Woche lang bei mir. Die drei Kinder und die Frau. Es war wunderschön. Aber die sind heute Morgen um 8 Uhr, mussten sie wieder fahren. Sind geflogen, glaube ich. Die fliegen jetzt gerade los. Und dann habe ich gesagt, komm, trinkst du langsam Kaffee und ganz gemütlich und bereitest dich auf die Sendung vor. Natürlich. Das heißt, du bist vorbereitet. Ausnahmsweise. Ganz neue Sitten in Folge 151. Lustig, spielt der auch noch Champions League in Bern? Ja, aber hat noch nicht gespielt bisher. Die spielen jetzt in Belgrad. Das erste Spiel war zu Hause gegen Leipzig. Haben sie 3-1 verloren. Ich glaube, das Rückspiel in Leipzig ist irgendwie im Dezember. Aber er hat nicht gespielt. Er hat jetzt am Wochenende gespielt in der Meisterschaft. Haben 1-0 gewonnen. Er als Innenverteidiger. Wichtig ist er dann immer zu Null, oder? Also da macht er noch seine Spiele. Er macht sein letztes Jahr. Und ich glaube, er genießt das auch so ein bisschen. Mann, der Junge ist mittlerweile 35. Der wird 36 Jahre alt. Ich weiß noch ganz genau, wie er hierher gekommen ist mit den kleinen Locken. Ich glaube, 19 war er da. Und das muss so 2007, 2008 so um den Dreh gewesen sein. So, jetzt ist er ein gestandener Mann mit drei Kindern. Wahnsinn. Und spielt er also so ein bisschen Rotationsspieler? Spielt man mit mal nicht, so wie er das Dezember mäßig? Ja, genau. Gerade in der Meisterschaft hat er... Also er wird bestimmt noch mal Champions League spielen. Aber ich glaube, eigentlich hat er sich vorgestellt, dass er trotzdem noch alle Spiele macht. Obwohl die ihm gesagt haben, naja, das wird nicht mehr so viel sein in dem Alter. Aber jetzt hat er, ich glaube, in der Saison bisher drei, vier Spiele von Beginn an gemacht. Aber das ist ganz okay. Und? Die sind, glaube ich, wieder Erster oder Zweiter? Ich glaube, ein Spiel weniger. Die haben ein Spiel weniger und sind Zweiter. Der FC Zürich ist Erster. Ich meine, er hat noch mal, ich glaube, dreimal Schweizer Meister, zweimal Pokalsieger, dann noch mal Champions League. Fast wie bei Hertha vorher. Alles richtig gemacht. So, alles richtig gemacht. Ist jetzt ein ganz, ganz harter Bruch zu dem, was folgt. Denn, meine Lieben, hier kommt es Wochenende. Nachspiel. Genau, im Nachspiel haben wir es zu tun. Du sollst doch nicht immer durcheinander reden. Wir haben doch den Hinweis gekriegt. Genau, von Michael. Genau. Ich weiß gar nicht, ich muss noch mal in die Mails gucken. Lieber Michael. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, zum Start des neuen Formats mit Video hatte uns Michael eine ganz nette Mail geschrieben. Wir sollen nicht immer übereinander reden. Ich tue mein Möglichstes. Und das ist jetzt immer so die freundliche Erinnerung an die beiden verbal engagierten Protagonisten. Und wir fangen natürlich mit denen an, die auch gleich wieder gefordert sind, bleiben also in der Chronologie. Der 1. FC Union Berlin hatte vier Pflichtspiele hintereinander verloren. Konnte man gar nicht mehr, hatte es unter Urs Fischer in dieser Form nur einmal gegeben. Nun also die Reise nach Heidenheim. 15.000 Mann dort und Frau im Dorfstadion. Und eigentlich war klar, wenn die Unioner, so hatte ich es bei euch gelernt, das abrufen, was sie alles können, dann werden sie bei allem Respekt vor Heidenheim die bessere Mannschaft sein. Sie hatten auch ganz viel mehr, vor allem mehr Chancen, aber von einem hatten sie weniger, wie wir alle wissen. Tore. Und das Tor sah nicht nur gut aus, das klang auch gut. Das könnte doch jetzt was werden für Heidenheim. Freistoß. Das sind so 23, 24 Metern. Leicht nach halb rechts versetzt. Und Jan Niklas Beste, der Linksfuß, hat sich den Ball für den Aufsteiger zurechtgelegt. Jetzt hat Stegemann den Ball freigegeben. Beste mit dem Heber aufs Tor. Tor. Tor für Heidenheim. Jan Niklas Beste, Zeratnild direkt für den Aufsteiger. Ich meine, Mannschaft wendet auf, wir kommen zu Möglichkeiten. Am Schluss musst du versuchen, den Ball über die Linie zu bekommen. Das ist das, was zählt. Ja, dann stehst du eigentlich wieder da und musst dich erklären. Klar ist es so, dass wir jetzt nicht das grösste Selbstvertrauen haben gerade. Das merkt man, glaube ich, auch in gewissen Situationen. Aber das hilft ja nichts. Wir werden weiterarbeiten und irgendwann mal den Bock umstoßen. Sagt Christopher Trimmel, der Kapitän, der in Heidenheim mal wieder mitmachen durfte. Vor ihm Urs Fischer, der Trainer. Und davor der unverkennbare Jakob Rüger, dem die Stimme so ein bisschen gebrochen ist. Weil dieser Freistoß, muss man leider sagen. Richtig in Schrecke kriegt. Naja, weil der Beste, das ist ja schon ein spezieller Typ, aber ein cooler Typ finde ich. Absolut. Tolles Monats. Und ich sage mal, so eine Freistöße habe ich nicht geschossen. Ich auch nicht. Normalerweise sage ich immer, Torwart-Ecke musst du halten. Aber diese Bombe, das war ja wirklich, ich finde es übrigens auch gut, dass der Torwart nicht so man, es gibt doch so Alibi-Deuter. Die bleiben dann in der Torwart-Ecke genau stehen und dann wird der rübergehoben und dann kann ich nichts machen. Aber er geht einen Schritt in die Mitte und dann, boah, was für eine Granate. Genau, da kann man nichts machen und Trimmel ist so ein feiner Kerl. Die kassieren die fünfte Pflichtspiel-Niederlage in Folge, gab es noch gar nicht unter Urs Fischer. Und trotzdem hat Trimmel in der Mix-Zone auch als Standardspezialist die Nerven und sagt an einer anderen Stelle noch, zugegeben, echt gutes Tor. Also gratuliert von Herzen, Fußballer zu Fußballer. Hilft euch nur so wenig, Christian. Und wenn man den Rest der Statements so gehört hat, auch von Trimmel. Union redet über Selbstbewusstsein in einem Negativ-Kontext. Das hatten wir seitdem wir das Hauptstadt-Derby machen, glaube ich, noch gar nicht. Nein. Wir haben fünf Spiele am Stück bisher noch nicht verloren. Richtig. Seitdem wir das Hauptstadt-Derby machen. Ja, das ist natürlich, wenn man so eine Erfolgsgeschichte geschrieben hat, vier Jahre lang, so ein völlig neuer Umstand. Aber eigentlich dann doch wieder nicht, weil das ist auch ein Stück weit Normalität. Da gibt es natürlich nicht nur den einen Grund, warum das so ist. Das sind immer viele Mosaiksteinchen, die nicht gerade 100 Prozent funktionieren. Unter anderem ist es dann das Quäntchen Glück, was man nicht mehr hat. Wir haben ja hier jahrelang gesessen und gesagt haben, Mensch, wir hatten mir den Papst in der Tasche. Wir hatten das wieder, das wieder. Wir hatten wirklich eine Menge Glück, muss man ganz klar sagen, wo wir aus wenig, wenig Möglichkeiten dann auch Tore gemacht haben. Das haben wir derzeit nicht. Aber warum haben wir das derzeit nicht? Das ist ja dann die Frage. Und man muss ganz einfach sagen, wir spielen diesen Fußball, der gespielt werden soll, nicht mit diesen 110 Prozent mehr. Wir haben in vielen, vielen Kleinigkeiten dann doch eine andere Art, ein bisschen mehr Fehler. Wir machen unnötige Fehlpässe. Wir gewinnen nicht wirklich die entscheidenden Zweikämpfe immer. Und wir haben vorne bei 19 Möglichkeiten, die wir hatten gestern, oder waren es 20? 20 Torschüsse. 20 Torschüsse. War auch vorgestern, ist aber egal. Sorry, vorgestern. Da sieht man schon, dass uns da auch die Konsequenz und die Leichtigkeit dann fehlt, die Dinge einfach zu machen. Wir hatten mit Becker eine Möglichkeit, glaube ich, nach zehn Minuten, er schießt direkt einen Meter neben das Tor, obwohl er frei auf den Torhüter drauf zuläuft. Behrens ganz bezeichnende Situation kommt am Kohl zum Pfosten, zum Kopfball, wirklich alles richtig und köpft einen Torhüter an. Der Nachschuss hoppelt dann gegen Pfosten. Danach ist er eigentlich schon abgefressen und titscht noch so mit dem Außenriss ein bisschen gegen. Das sind alles diese Kleinigkeiten, die wir davor vor diesen fünf Spielen anders hatten. Wir sind auch anders in die Saison gestartet mit wesentlich höherer Effizienz. Ja, nun ist das so. Jetzt muss man wirklich knallhart weiterarbeiten. Auch ein Stück weit zusehen, dass man diese Achse, die man gerade nicht so sauber zur Verfügung hat mit Knoche und Khedira, dann doch irgendwann mal ersetzt. Weil die Spieler, die es dort gibt, ist jetzt auch kein Fallobst. Wir haben mit Tuzar, Laidoni und Bonucci richtig, richtig gute Spieler. Die müssten aber jetzt mal schnellstmöglich auch das können, was gefordert ist. Weil morgen geht es dann schon wieder weiter. Daher, wir haben den absoluten oder den Höhepunkt, ein erstes Heimspiel im Champions-League-Bereich. Da ist dann wieder ein klarer Kopf gefordert. Gute Fitness, gute Psyche, Physis, das muss alles da sein, um dann auch gegen Braga gewinnen zu können. Weil das ist jetzt auch keine Mannschaft, die da einfach mal so aus dem Stadion schießt, sondern das ist eine richtig gute Truppe aus Portugal. Und da kam jetzt einiges zusammen. Aber das Schöne ist ja, wir spielen gleich wieder. Wir können es dann wieder gerade biegen, beziehungsweise müssen zusehen, dass wir unsere Dinge zu 110 Prozent abliefern. Ist das wirklich das Schöne, Axel, dass Sie gleich wieder spielen? Das sagt man ja ganz gerne. Aber ich sehe bei Union, und das wäre mal eine zweite Frage an dich, im Moment ja tatsächlich zwei Probleme. Also Chancenverwertung reden alle drüber. Hat ja auch aus Fischer drüber geredet. Aber Beke und ich haben, als wir dich hier freudig in Empfang genommen haben und schon vor dem RBB-Haus standen, auch ein bisschen darüber geredet. Union lässt so eine Wildheit zu. Es fehlt so diese, also der Christen auch angesprochen, Grundstruktur, Organisation. Was ist schlimmer und was davon kann man in 48 Stunden abstellen? Ich glaube nämlich gar nichts. Erstmal ist es immer schön, dass du schnell wieder neue Spiele hast, kannst du ein Erfolgserlebnis dir holen. Das ist immer schon gut, dann kannst du es schnell abhaken, das alte Spiel. Ich sehe das nicht so extrem wie Beke, was da alles für Fehler sind. Ich finde, was ist der Unterschied? Der Papst ist nicht mehr da und von mir aus hat sich der Teufel ein bisschen eingeschlichen. Ein paar Fehler sind schon mehr dabei. Ja, das stimmt schon. Aber wenn du mal, wenn du mal das Spiel jetzt, also wir reden jetzt ja heute nur über Heidenheim. Jetzt gerade reden wir über Heidenheim. Und das Spiel Heidenheim, muss man einfach mal sagen, also Heidenheim macht ein Tor, das kannst du jetzt schwer verhindern, so einen Sonntagsschuss. Dann hast du eine Masse an Chancen und da war ja auch zum Teil dein Slapstick dabei. Du hast gerade Behrens angesprochen, der wunderbare Kopfballchance, danach noch an Pfosten und dann trifft er den Ball nicht ganz genug. Das war halt in den Jahren, Wochen zuvor war das halt da. Da hast du dann mal, wir haben ja Behrens, wir haben den ja bejubelt, aber da war auch natürlich jeder Schuss ein Treffer. Das ist jetzt gerade mal nicht so. Da fehlt da ein bisschen, da hast du recht, die Leichtigkeit, die ist im Moment nicht so da. Aber das Wichtige dabei ist ja, dass du nicht alles in Frage stellst dabei. Weil ich finde eben, und du hast es gerade Glück genannt, unter normalen Voraussetzungen, wenn du zehn Spiele so spielst, wie das Spiel, gewinnst du neun. Und das war jetzt genau das eine mit dem Sonntagsschuss, was du verlierst, finde ich. Und deswegen sollte man nicht zu viel in Frage stellen. Eins musst du natürlich machen, als Urs Fischer, vorn im vorderen Bereich, die Stürmer. Wen stelle ich auf, wen stelle ich da wo auf. Aber eigentlich hat er alle schon aufgestellt. Und alle haben irgendwie von den Stürmern nicht wirklich getroffen. Du hast Becker angesprochen. Das musst du natürlich machen. Er läuft frei auf den Torwart zu und schießt dann vorbei. Wenn der Torwart wenigstens noch hält. Und nicht am langen Pfosten, wie eigentlich 99 Prozent, sondern am kurzen Pfosten, acht Meter daneben. Und das hat eben vorher so, in der Form gab es das nicht. Und das ist jetzt anders. Und wir kennen das doch. Wenn das früher in so einem, klar hast du Spiele gehabt, da hast du ohne Ende Chancen gehabt und den Ball nicht reinbekommen. Das sind ja dann noch die guten Spiele, wo du dann auch noch einen guten Eindruck hinterlässt. Es werden aber auch Spiele kommen, wo du keinen guten Eindruck hinterlässt. Und wenn du dann das bisschen an Möglichkeiten, wenn du das hast, wirst du dann auch erst recht nicht machen, weil du jetzt die guten Möglichkeiten auch nicht reingemacht hast. Aber wir haben ja gerade gesagt, was wir in Frage stellen. In Frage stellen wir eigentlich nur, das hast du ja auch gerade gesagt. Die Systematik, das System selbst, stellt man ja nicht in Frage. Die Konzentrationsfähigkeit, also diese Fähigkeit, fehlerfrei Fußball zu spielen. Und dazu gehört auch, Tore zu erzielen. Wenn du kein Tor erzielst aus diesen Möglichkeiten, machst du halt Fehler. Und das musst du einschränken und eindämmen. Und zwar relativ flott. Wir haben jetzt Prager und danach spielen wir in Dortmund. Das ist jetzt auch nicht so, dass alle danach jubeln werden und sagen werden, das ist ja ein Selbstläufer, da gibt es auf jeden Fall zwei Siege. Das ist wirklich eine Herausforderung. Auf der einen Seite, klar, freut man sich morgen gleich wieder ein Spiel. Jetzt nehme ich mal die Trainerbrille ins Gesicht und sage, hilft mir das eigentlich gerade, dass ich schon wieder ein Spiel habe oder muss ich Automatismen herstellen? Dafür brauche ich eigentlich Training. Frage kann ich schwer beantworten, wie weit die Mannschaft ist. Was kann die an Automatismen? Viele neue Spieler sind dabei. Oliver Runert hat es auch gesagt in der Bild am Sonntag, dass dann auch Anpassungsprozesse stattfinden würden. Ja, aber wir haben mit Bonucci und Co. jetzt auch kein Fallobst eingekauft und Gosens, sondern das sollte dann schon schnell funktionieren. Ja, damit du wirklich in die Erfolgsspur kommst, weil ein sechstes und ein siebtes Spiel nicht gewinnen, zehrt einem Spieler dann schon sehr. Also ich bleibe dabei, das Hauptproblem bei Union ist im Angriff. Wir können gerne diskutieren über die Qualität des Sturms. Ist es so, dass Geraldo Becker einen glücklichen Lauf hatte und hat dann zwölf Tore geschossen? Ist es so, weil als Stürmer hast du ja immer mal einen Lauf. Die Frage können wir uns stellen. Aber ich bleibe dabei, grundsätzliche Sachen würde ich da nicht in Frage stellen, weil wenn du die Spiele siehst, mit den Torchancen, die du herausgespielt hast, musst du das Spiel gewinnen, eindeutig gewinnen. Haben sie nicht gemacht. Aber deswegen sage ich, wir können gerne über die Stürmerqualität diskutieren. Reicht das eigentlich aus vorne? Weil Qualität des Stürmers ist immer, was war der Unterschied, sage ich ja immer, zwischen Rudi Völler und zwischen mir. Rudi Völler hat aus zwei Chancen ein Tor gemacht. Ich brauchte dafür fünf. Das ist halt am Ende der Qualitätsthema. Das ist die Qualität dann am Ende. Ja, und wenn du dann diesen Spielern, die wir haben, dann auch ein bisschen das Glück verloren geht, ist es natürlich dann nochmal ein Stück weit weniger, muss man ja ganz klar sagen. Aber da können wir gleich, wenn wir über Braga... Das ist auch eine Qualität, wenn du trotz oder wenig Selbstvertrauen... Und dann die Dinger trotzdem machst. Dann sagst du mir doch egal, ich hauen rein. Genau, das ist auch eine Frage der Qualität. Absolut. Gleich, wenn wir über Braga reden, dann können wir da nochmal drauf zurückkommen, weil einer muss dir jetzt ja zusehen und kann da wieder mitmachen. Das als kleiner Blick nach vorne. Gleich vorher. Aber Axel, gehen wir zu den 66.000 im Berliner Olympiastadion am Samstagabend. Zweite Liga. Sensationelle Kulisse. Sensationelle Atmosphäre. Und eine richtig gute Fußballmannschaft. Nur nicht die aus Berlin. Die Führung für St. Pauli durch Johannes Eggestein. Der wird angespielt im Strafraum, bringt den Ball im Drehen unter Kontrolle, schließt ab, flach aus elf Metern. Mit dem Fuß klärt Jack Ernst. Und dann reagiert Eggestein am schnellsten. Gretzsche. Und der Ball im Tor. 1 zu 0 die Führung. Für den FC St. Pauli vor über 60.000 im Olympiastadion. Boucher Larkes zieht durch. Und der Elfmeter wird tatsächlich zurückgenommen. Also Boucher Larkes hatte durchgezogen. Aber hat nach Meinung des Schiedsrichters, der sich jetzt die Bilder sicherlich aus verschiedenen Perspektiven angesehen hat, den Innenverteidiger des FC St. Pauli nicht getroffen. Zumindest nicht elfmeterreif getroffen. Und darum kein Elfmeter für St. Pauli. Und Tor, und Tor für St. Pauli. Das dürfte es gewesen sein. Marcel Hartel, die 74. Minute. Und da geht es rüber in die Kurve. Zu den mitgereisten mindestens 15.000 Anhängern, die den Kiez-Club nach Berlin begleitet haben. 2 zu 0. Absolut hochverdient für St. Pauli. Marcel Hartel bekommt. Pauli ist eine klasse bessere Mannschaft. Da müssen wir nicht daneben reden. Denn wir sind immer noch bei dieses Jahr, wo man etwas aufbaut. Wo man auch einen Anschlusstreffer übrigens aufbaut, der irgendwie nicht in der Collage gelandet ist. Entschuldigung, Sportsfreund Scherhand. Mein Fehler. War so begeistert von Lars Beckers Reportagen davor. Habe die Elfmeter-Szene drin gelassen. Also, Hertha gegen St. Pauli. Am Ende nochmal richtig brodeln im Kessel, weil es eben einen Anschluss gab. Aber trotzdem, Axel, hat Pal Dardai am Ende gesagt, Pauli, klasse, besser. Ist nicht das erste Mal, dass Pal das in dieser Saison gesagt hat. Hat er nach dem ersten Spiel, glaube ich, auch gesagt. Also, sagt er wohl ganz gerne. Finde ich auch viel. Aber deutlich besser muss man nach dem Spiel ganz klar anerkennen. Nee, ich bin da völlig bei Pal. Das war... Ja, Entschuldigung. Also, das Spiel... Also, erst mal frage ich mich, wenn Pal immer sagt, ja, in diesem Jahr was aufbauen. Ich dachte, wir wollen aufsteigen. Ich dachte, wir wollen so schnell wie möglich wieder in die Fußball-Bundesliga. Hat mir auch noch keiner gesagt genau, was jetzt da genau das Ziel sein soll. Also, bisher bin ich davon immer ausgegangen. Aber von den Offiziellen sagt ja keiner was. So, dass er sagt, eine Klasse besser, wenn man sich das Spiel mal anguckt. Und nicht nur wegen der Torschul-Statistik, war 10 zu 25. Wir hatten aus dem Spiel heraus keine einzige Torschul-Statistik, die wir uns erarbeitet haben. Oder ihr sagt mir jetzt eine, da bin ich eingeschlafen zwischendurch. Keine Ahnung. So, also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich wusste, dass St. Pauli, habe ich übrigens letzte Woche ja hier gesagt, das ist wirklich ein Gradmesser, das ist eine gute Mannschaft. Aber es ist jetzt nicht so, dass die... Das war jetzt nicht Bayern München. Es war St. Pauli, die gut spielen, hat man gesehen, spielen gut hinten raus und alles. Alle sagen mir, das ist der Top-Favorit auf den Aufstieg. Sehe ich noch nicht so, weil die haben vorne ganz gute Leute, aber eben nicht diesen Top-Stürmer, weil normalerweise müssen die nach 60 Minuten 4-0 führen. Wenn man ehrlich ist so, von den Chancen, die sich da rausgespielt haben, wie sich da durchgespielt haben. Und wie gesagt, ich war einfach enttäuscht, weil ich gedacht habe, ja, du spielst gegen eine eingespielte Mannschaft, aber dann versucht man ein bisschen besser dagegen zu halten. Das habe ich nicht gesehen. Gerade, man hat immer gesehen, da gab es ganz viele Aktionen, Tabakovic wollte vorne attackieren und hat dann immer gewunken, ja, ihr kommt mal vor, ja, wenn Marton Dardai hinten bei Leistner steht, ob sie sich unterhalten, oder Bucher-Lake steht genauso weit hinten, ja, dann ist es natürlich schwierig. Also gerade vom defensiven Mittelfeld musst du dich ja vorschieben und Tabakovic, der wird wahrscheinlich pappesatt gewesen, weil da hat sie nämlich Blutblasen gelaufen. Die haben hinten ganz clever hin und her gespielt und haben sich gedacht, doch, wenn die nicht kommen, dann spielen wir weiter hier hinten, und das war mir zu wenig und ja, zusammengefasst, wie Paul gesagt hat, für mich ein Klassenunterschied und die Niederlage vom Ergebnis her spiegelt das Spiel überhaupt nicht wider. Wenn Christian dem nichts hinzuzufügen hat, hast du einen anderen Top-Favoriten auf den Aufstieg in die zweite Liga? Wenn wir die uns gerade mal nach sechs Spieltagen so anschauen, dann steht da ja St. Pauli vor dem HSV und Hannover 96 übrigens auch so für mich interessant als vielleicht sogar Mini-Hoffnungsschimmer für Hertha, weil Hannover war ja auf so einem Weg irgendwann mal Bundesliga und dann schlechter, 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 immer schlechter, die waren auf dem Weg irgendwie komplett wegzugehen. Da ist man interessanter, auch Traditionsverein, der sich gerade zu einem gewissen Grad ein bisschen gefangen hat, kommen auch die Zuschauer wieder ins Stadion, fielen mir auf. So trotzdem, du sagst ja immer, in der zweite Liga ist wahnsinnig eng und hast du dem was hinzuzufügen? Düsseldorfer noch, der HSV sowieso, was da lauter, oder 96 noch abliefern kann, das ist die Frage immer der Stabilität und Axel hat eigentlich den richtigen Treffer gelandet aus meiner Sicht. Du brauchst vorne einen Topstürmer, der dir die Buden macht und dann wirst du wahrscheinlich auch die Meisterschaft schaffen, so war das schon immer. In der zweite Liga brauchst du jemanden, der dir die 20 liefert, wenn du dann hinten gut stehst und eine saubere Defensive hast mit wenig Gegentoren, dann kannst du es eigentlich packen. Gut, aber da hast du ja mit deinem Haris-Tabakovic-Tattoo deinem Geistigen auf dem Arm gesagt, dass Hertha bestmöglich bedient ist. Das Spiel war ja aus meiner Sicht ein bisschen ein Schritt auch zurück, ja, weil das war dann schon auch von der Geschwindigkeit her in den kleinen, vielen Aktionen, die man ja so im, wie nennt man das, individuelles Zweikampfverhalten wo der Raum total eng ist, da waren die halt ein bisschen, nicht ein bisschen, die waren wirklich schneller und besser. Das 1-0 zeigt es eigentlich, was dann für ein Tempo an den Tag gelegt wird, wenn du in der obersten Region zu Hause sein willst und da sollten sie schleunig hinkommen und was aufbauen. Ich bin da auch bei Axel und was willst du denn aufbauen? Also willst du aufbauen, dass nächstes Jahr vielleicht hoch ist, aber die Garantie, jetzt was aufzubauen, dass du das nächste Jahr denn aufsteigst, ist ja alles Nonsens, das sind ja alles nur Ausreden. Im Grunde muss man eine Zielsetzung festlegen und sagen, wo man hin will und was man erreichen möchte und dann können sich daran auch alle orientieren. Das ist wirklich nichts Schlimmes, darf man ruhig machen. In dem Spiel gestern tun einem dann auch nur die Stürmer vorne leid, weil die vorne wirklich, die waren die Marathonläufer, hinten die defensiven Mittelfeldspieler, die auch vom Tempo her noch Probleme hatten. Das Feld dann so groß lassen, dann kannst du gegen St. Pauli nichts reißen und wenn das 2-0 durch den Spieler mit 1,72 Meter Körpergröße per Kopf stattfindet, spricht halt auch schon viel dafür, dass da einiges nicht richtig rund lief. Komm, wir reden noch ganz kurz über eine Szene, über die ihr eben schon hier im Off geredet habt, als wir die Reportage von Lars Becker gehört haben. Übrigens, angeblich ist Marcel Hartl 1,77 groß, aber das sei mal dahingestellt. Das hat unseren anderen Reporter an dem Abend, Philipp Höppner, auch sehr beschäftigt. Der hat das Spiel in voller Länge in der Inforadio-App und auf sportschau.de übertragen, aber wir hatten hier ja drin gerade die Schilderung von Lars zum zurückgenommenen Elfmeter. Der großartige Dennis Eitikin war Schiedsrichter. Ich gehöre ja zum Dennis Eitikin-Fanklub, weil ich den für seine Autorität und für seine Ruhe sehr schätze, aber du hättest also diesen Elfmeter gegeben. Naja, jetzt stellt euch mal vor, diesen Elfmeter, das wäre jetzt in der 90. Minute passiert für uns und der hätte den zurückgenommen. Dann hätten die den, glaube ich, zerlegt im Stadion. Also Entschuldigung, der hat den ganz... Ich hoffe nicht. Naja, aber ich meine, ich habe ganz gemütlich das Ding gesehen und habe gedacht, na gut, dann gibt es jetzt den Elfmeter, der trifft den ja am rechten Bein an der Wade und der nimmt den zurück. Also von daher, wie gesagt, für mich eindeutige Elfmeter und den dann zurückzunehmen, das war schon für uns wunderbar, aber ich glaube, der St. Pauli-Trainer, man hat den ja auch in der Seitenlinie gesehen, der war ja stinksauer. Wie gesagt, zum Glück für St. Pauli jetzt ist das dann so ausgegangen, dass er den nicht geführt hat. Eitikin hat es ja dann bei Sky auch noch gesagt, das war dein Glück für Hertha, dass ich den zurückkündige. Hat er selber dann gesagt, also von daher, dem ist nichts hinzuzufügen. Na gut. Er ist aber auch bitter für Hertha, dann habt ihr mal Glück und dann hilft es trotzdem. Ich wollte euch wirklich schreiben, der Papst ist jetzt bei uns. Aber erst in der 60. Minute war jetzt immer noch einigermaßen offen war, das Spiel. Und so wollte ich erst dann schreiben, aber gut, dann kam es das 2-0 dann und dann ging er dann nicht mehr viel. Aber in der Situation hatten wir den Papst in der Tasche. Brauchst du manchmal auch, aber insgesamt, ja, aber insgesamt, wir hatten es nicht verdient, in dem Spiel irgendwas zu holen und das ist es halt. Ich wollte gerade noch mal auf den Punkt, was du gerade gesagt hast, du brauchst einen Top-Stürmer bei St. Pauli. Wir werden ja irgendwann November, Dezember, zweite Liga sowieso, sind die Plätze nicht so toll wie in der Bundesliga und da wirst du nicht immer toll rausspielen können. Da brauchst du dann auch mal einen Brecher, da wird ein Spiel mal nach 0-0 aussehen und dann brauchst du vorne einen, der aus nichts irgendwas macht. Den haben wir mit Tabakowitsch, weil ich glaube, bei Standardsituationen, auch so, wenn er mal eine Flanke kriegt, boop, kannst du den ja machen, da brauchst du den Platz nicht für. Aber St. Pauli hat den nicht und deswegen sehe ich das noch nicht so wie alle Experten. Die werden definitiv aufsteigen, hat Pauli, glaube ich, auch gesagt. HSV wird auch definitiv aufsteigen. Das haben wir ja gesehen immer. Das hat drei Jahre schon gut geklappt. Ganz genau. Also die Liga ist extrem eng und ich hoffe immer noch, dass wir das auch so kommunizieren, sondern wir wollen aufsteigen und so schnell wie möglich versuchen, da hinzukommen. Weil, noch mal, umso länger zweite Liga, umso fieser wird es für die Liga, umso schwerer wird es, dass du da rauskommst. Sehr interessant war im Olympiastadion die Szenerie, aber auch nach dem Abpfiff. Natürlich haben die Spieler von St. Pauli mit ihren 12.000, 15.000 Mitgereisten feiern können, aber auch die Hertha-Kurve hatte fast unioneske Züge, hat nämlich die Mannschaft, die verloren hat, euphorisch gefeiert. Den Spielern hat es erkennbar viel bedeutet. Ist das irgendwie der neue Stil nach dem Motto, ihr habt euch reingehauen, mehr geht eben nicht und dann feiern wir euch trotzdem. Also du als Unioner kennst solche Situationen, ja, weil da war es ja immer auf der Tagesordnung. Ergebnisunabhängiges Mannschaftsfeiern. Ist das erstrebenswert aus deiner Sicht? Ach, ist das erstrebenswert. Es wirkt schon eigentlich ganz cool natürlich, weil es so die Einheit und so weiter beschwört. Es gibt ja so viele Blickrichtungen bei dem Thema, wie man mit erbrachten Leistungen umgeht, auch wenn man kein Ergebnis erzielt. Hat man bei der Leichtathletik-WM auch, da wurde auch eine Hürdenläuferin total gefeiert, weil die vorletzte geworden ist. Ja, wenn das die Welt heute so ist und wir dann halt nicht Sieger auch so feiern können und die Leute danach alle happy, zufrieden, glücklich sind und beim nächsten Mal Spiel gewinnen und es dann dadurch viel, viel besser wird, als vielleicht mit konstruktiver Kritik Abgrenzungen stattfinden zu lassen, ohne dass man drüber ist. Also der Entwicklungspfad der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte war eigentlich der, dass man sich einfach hinsetzt und wirklich sehr, sehr tief analysiert, abgrenzt und dann aus diesen Dingen lernt. Und dazu gehört gerade im Fußball und im Sport halt auch Publikum, was mitteilt, wie sie es gerade finden. Wenn wir denn alle nur ständig dauerhaft feiern, ich weiß es nicht. Meine ich jetzt gar nicht böse, hat für Union eine Ausstrecke total gut funktioniert. Nein, ich meine es ist übergeordnet. Ja, ich habe schon verstanden, du hast den ganz großen Bogen aufgemacht, aber wir können natürlich hier wieder nur in einem bestimmten Ausstieg sein. Für Hertha ist das Schöne, weil die Stimmung oben bleibt, ja, weil man doch in der Vergangenheit ein paar Themen hatte, wenn die Fans dann auch noch draufhauen, wenn es nicht funktioniert. Weil meistens diese Aktivitäten, die dann stattfinden, ja auch meistens so ein bisschen drüber sind. Die Leute können sich ja nicht mehr benehmen. Daher ist es so rum besser. Endlich mal keine Pauschalkritik. Die Leute können sich nicht mehr benehmen. Aber ich weiß, was du meinst. Natürlich im Fußballstadion ist das mit der konstruktiven Kritik. Nehmen wir mal Schalke 04, die verlieren in Paderborn und die Polizei muss da einen Wachschutz ins Stadion schicken, weil sie wieder Angst hatten, dass irgendwelche Spieler verprügelt werden könnten. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht rumdoktern. Das haben wir an jeder Straßenecke. Dann lieber so rum. Dann lieber so rum und für die Spieler war es schön. Und vielleicht ist das ja genau die positive Motivation, die Hertha dann durch die nächste Arbeitswoche trägt, die für die Berliner eine normale Länge hat, für die Charlottenburger, für die Köpenicker hingegen eben nicht. Denn Christian, wir haben es gesagt, ihr seid schon wieder gefordert. Das Thema in Köpenick ist jetzt also morgen schon Champions League. Braga hat im schönen Portugal am Wochenende 4 zu 2 auswärts gewonnen, hat einen ganz ordentlichen Saisonstart hingelegt, sind glaube ich fünfte oder sowas in ihrer Liga, sind aber in eurer Champions League Gruppe auch unter Druck. Und man könnte den Eindruck haben, dass dieses Spiel morgen, was ich bewusst aus der normalen Vorspielkategorie rausziehe, weil da geht es ja um die Bundesliga. Also wir haben das erste Mal Heimspiel in der Champions League, im Olympiastadion, was gegen Braga ausverkauft ist. Großartig, was im rbb24-Inforadio wie alle Champions League-Spiele von Union in voller Länge zu hören sein wird. Und was aber auf einmal für euch auch sportlich eine Wahnsinnsfallhöhe mit sich bringt, weil Niederlagenserie im Gepäck und mit Blick auf diese Champions League-Gruppe man einfach sagen muss, das ist das eine Spiel, was man für jedwede Form des Weiterkommens eigentlich unbedingt nicht mit einem guten Eindruck, sondern mit einem guten Erlebnis oder Ergebnis, Entschuldigung, zu Ende bringen sollte. Ganz schönes Päckchen, Herr Beek. Ja, ja, das ist wirklich ein Paket, was die Jungs gerade und vor allen Dingen das Trainerteam drumherum moderieren muss und dann auch den richtigen Weg in die Mannschaft finden muss, dass du zu diesem Spiel eine Top-Leistung hast, dass du ein Top-Momentum hast in der Mannschaft, dass die leistungsfähig sind und vor allem das Negative ausblenden, das ist ja immer die große Herausforderung, dann, wenn du zu oft nicht gewonnen hast, das sind ja alles auch nur Menschen und keine Maschinen, das dann so emotional auch zu verpacken in eine Ecke, wo es dich nicht ablenkt, wo du dann trotzdem in der Lage bist, Herausragendes zu leisten, weil das muss her. Du musst eine Top-Leistung abliefern, vor allem diese Gerdigkeit, Eglichkeit, dieses dicht nebeneinander sein und nach vorne agieren und wirklich die letzten Prozente zu entwickeln, um Tore wieder zu machen, dass man dann von diesem Einfachen zum Schweren wieder zurückkommt, die Arbeit wirklich ganz, ganz präzise in der Defensive auslebt und dann, wenn du vorne Chancen hast, die natürlich so konsequent versucht zu nutzen, dass du in diesen anderen Rhythmus wiederkommst und diese Positivität wiederkommst und das geht nur mit permanenter Ansprache, mit einem guten Gefühl und vor allem 70.000, klar, fremde Stadion, aber ich glaube, das spielt jetzt keine Rolle am Dienstag, sondern eher, da kommen 70.000, wir haben ein Heimspiel gegen Prager, da musst du automatisch die Prozente mehr entwickeln können auf der emotionalen Seite, das wünsche ich den Jungs einfach, auch diesem Verein und dieser Mannschaft, dass wir da wieder Punkte holen und dass das Fahrwasser wird wieder normaler, weil wenn nicht, wird es dann doch weiter unruhiger, was logisch ist, weil Fußball ist Ergebnissport und das zieht auch bei uns. Wir haben über die Stürmer gesprochen, Axel, kleine Wette, Kevin Volland in der Startelf? Könnte ich mir gut vorstellen, hat jetzt in der Bundesliga immer noch gesperrt, dass er da spielt, vielleicht hat er auch ein bisschen mehr Glück im Moment als vielleicht Becker oder... Das ist doch der klassische Moment, die anderen haben kein Glück, der Typ hat Champions League Erfahrung, der brennt, der ist physisch aufgeladen, der muss doch jetzt kommen. Das Spiel ist echt fies, weil Braga hört sich jetzt so an, so einfach, ne? Ja, Braga, ist jetzt nicht Real Madrid, ist jetzt nicht irgendwie, ach, gegen die müssen wir ja gewinnen, aber es ist eine unangenehme Mannschaft, Mannschaften aus Portugal sowieso, immer, spielen immer einen sehr guten Fußball, sehr ballsicher immer und dann die Erwartungshaltung, das sind 76.000 Zuschauer im Stadion, erste Heimspiel, da ist eine Erwartungshaltung, da kann mir erzählen einer, was er will, also da sagst du jetzt nicht, ach, Hauptsache wir sind dabei, nee, der will das Spiel schon gewinnen, die ersten Punkte einfahren und wie gesagt, fieses Spiel, Volland hat Champions League Erfahrung, ist auch ganz gut, dass du Leute drin hast, die da die Erfahrung drin haben und ich glaube, in dem Spiel ist das Wichtigste, einfach mal drei Punkte einzufahren. Genau, egal. Ja, genau, weil da wird dann auch keiner drauf gucken, hättest du das besser machen müssen und das besser machen müssen, da guckt denn jeder nur aufs Ergebnis und ja, das Ergebnis, wie Beke gerade gesagt, ist entscheidend im Fußball und es ist schon eine Drucksituation, also gewinnen zu müssen. Und weil ihr vorhin so viel über die Stürmer geredet habt, sozusagen die Qualität der Stürmerschaft von Union können wir ja noch gar nicht abschließend bewerten, weil eben Kevin Volland noch überhaupt keine Möglichkeit hatte, ernsthaften Faktor zu werden und der ist ja im Prinzip ihr offensiver Königstransfer. Also mal gucken, wäre jetzt ein richtig guter Moment. Jetzt muss man auch mal eins sagen, auch Volland ist jetzt nicht der Stürmer, der typische Mittelstürmer. Also eigentlich dieser typische Knipser ist ja eigentlich eher Behrens, ist so ein typischer Knipser, der da die vorne, der Volland spielt ja auch eher drumrum so ein bisschen und von daher ist jetzt vielleicht der Druck dann auf Volland auch ein bisschen zu groß, dass er jetzt das Ding reißen soll, alleine. Aber wir werden sicherlich hoffentlich von einer Spielfortsetzung mit Volland, vielleicht einen Schuss mehr Qualität bekommen, dass nicht alle Bälle, die du nach vorne spielst, so wie der Post, wenn zurückkommen, sondern dass du da vielleicht eine andere Spielfortsetzung jetzt findest und vor allem eine ruhigere. Aber das wird ein Spieler alleine nicht lösen können, muss immer im Gesamtgefüge agieren. Das ist eher so mein Blick, den ich habe, dass das wirklich von den Abständen her und von den Abläufen automatisierter ist. Alleine die Defensive, Axel hat es gerade richtig gesagt, gegen Portugiesen zu spielen, die sind immer ballsicher, die sind immer so filigran, so kleine Flutschler, die so dazwischen funken. Da musst du hellwach sein und wenn du da hinten nur ein bisschen träumst und nicht ganz auf der Höhe bist von der Geschwindigkeit, geht das auch mal schnell schief. Übrigens ein Punkt, was ja ganz interessant ist. Union, ich habe da Statistiken gelesen, in allen Statistiken sind sie mit einmal weiter vorne. Also sie haben viel mehr Ballbesitz. Ja, das Spiel hat sich gedreht, die Aktivität hat sich gedreht, hast aber weniger Erfolg. Ja, genau. Sie rennen immer noch mehr. Sie rennen immer noch mehr. Rennen ist ja automatisch mehr. Sie sind sogar in Heidenheim mehr gelaufen als Heidenheim, was da jetzt verschaffen wird. Also es ist in allem, es ist besser, besser geworden und bloß die Ergebnisse passen eben nicht im Moment. Ja und jetzt kommen so portugiesische Truppen, die sind wirklich nicht einfach zu bespielen. Hat er x-mal im Trainingsdagen so eine Mannschaften gespielt. Das ist wirklich nicht leicht und daher ist totale Aufmerksamkeit, aber in der ganzen Kompaktheitmuster stattfinden. Einer alleine, Kevin Volland, ja, alles gut, ja, Champions League, ja, aber der hat auch ein paar Tage jetzt nicht gespielt und hat jetzt nicht einen Dauerrhythmus mit 90 Minuten und wird ja ein Abrauchen, was wir noch nie gesehen haben, sondern das muss gemeinsam funktionieren im Verbund, wenn die Abstände wieder zu groß werden oder das Olympiastadion neigt auch dazu, dass du in große Abstände verfällst, weil es eine andere Atmosphäre ist als ein kleines, enges Stadion wie die alte Försterei. Da muss man jetzt mal sehen. Ich hoffe, dass wir es gut hinkriegen wollen. Hoffe ich auch. Das Trikot, was hier vor uns liegt und nachher einen neuen Besitzer finden wird, ist ja das Champions League Trikot und ich sehe gerade, es hat ja güldene, goldene Applikationen. Also der goldene Oktober. Wohl doch mal Zeit, ja, der goldene Oktober, der September lassen wir mal weg mit dem Eintor, ne? Der September des Grauens für den ersten FC Union. Der Quart zu September. Wobei schwarz ist das Trikot auch. Na gut, also... Ist ja jetzt Oktober, ist gut jetzt, reicht. Ja? Genau. Der goldene Oktober. Hoffentlich kommt es dazu. So bei Hertha BSC gibt es auch wieder, wie immer, einiges zu besprechen. Das Thema in Charlottenburg. Ja gut, letzte Woche gab es den Prozess mit Marius Gersbeck, das Thema Marius Gersbeck. Puh, schwieriges Thema. Ja, ich... Eigentlich ist das Einfaches, aber okay. Ja, eigentlich ist das Thema wirklich einfach, aber... Das I-Tüpfelchen war ja nochmal die Pressemitteilung dann da oben drauf, finde ich jedenfalls. Manchmal frage ich mich, also wenn wir beide hier Müll erzählen oder wir drei, wir erzählen mal Müll, kann man mal live, haut man mal einen raus oder irgendwie so, aber eine Pressemitteilung, die liest ja glaube ich irgendwie jeder fünfmal und auch mindestens fünf Leute lesen die und dann so ein Ding da reinzusetzen, dass das Gericht ja eine geringe Schuld festgestellt hat. Boah, ich dachte, ich habe das zugeschickt gekriegt. Ich konnte das gar nicht glauben, dass man so eine Pressemitteilung rausschickt, aber gut, das finde ich, war nochmal oben drauf. Insgesamt ist das Thema ja zweieinhalb Monate, wie lange hat uns das jetzt beschäftigt? Wir haben es ja hier bisher weitgehend ausgeklammert, aber jetzt gibt es eben ein juristisches Ende gibt es, so will ich es mal formulieren für dieses Thema. Also Marius Gersbeck hat eine Geldstrafe bezahlt, Marius Gersbeck hat nach allem, was wir wissen, auch dem Opfer seiner Attacke Geld bezahlt und hat sich bei ihm entschuldigt und hat jetzt die Situation, dass dieses Delikt, was theoretisch sich in einem Strafrahmen mit bis zu fünf Jahren Haft, glaube ich, bewegt hätte, damit im wahrsten Sinne des Wortes ad acta gelegt ist, was die juristische Befassung angeht. Ich weiß ja nicht, ob wir da unterschiedliche Meinungen überhaupt haben. Wir können es ja abkürzen. Die Fakten sind ja klar. Also Marius Gersbeck ist irgendwann morgens im Trainingslager was trinken gegangen, was schon mal schwierig ist und hat einen 22-Jährigen ins Krankenhaus geprügelt. So, das ist ein Fakt. Und jetzt müssen wir das bewerten als Verein. Ich sage, also mir fällt da nicht ein, wie du da rauskommen willst. Also normalerweise musst du sagen, okay, zweite Chance ja, aber woanders, nicht bei Hertha BSC, dann kann ich sagen, okay, man leiht ihn aus oder man verkauft ihn, wie auch immer. Nur wie willst du, wie willst du einem Jugendlichen erklären, wenn er irgendeinen Fehler gemacht hat und wie willst du den bestrafen, wenn sowas einfach mal durchgeht. Du, ja, also für mich, ich weiß nicht, wie das gehen soll, ich weiß nicht, wie du es siehst. Sprachlos, ja. Wir monieren ja es ja immer, dass diese Gesellschaft ganz, ganz viel mit Geld regelt und wir Konsequenzen für bestimmte Sachen, die wirklich nicht in unsere Gesellschaft gehören, einfach nicht schaffen, umzusetzen. Jetzt hast du hier aber mal die Chance, wirklich zu sagen, okay, hier hat wirklich einer ein Thema ausgelöst, da müssen wir Grenzen setzen und da gibt es ganz klare Konsequenzen für und die muss man dann auch umsetzen und kann nicht sagen, ja, ja, mal schauen und das, die Juristerei hat gesagt und wir sind ja dann doch nicht vorbestraft und wir haben es jetzt eingestellt, es wird nicht zu Ende geführt und da muss man sich erstmal auch die Frage stellen, wieso wird es nicht zu Ende geführt, weil jemand Geld bezahlt hat. Also du kommst da in so ein Schlamassel rein, was für die ganze Gesellschaft ein Trauerspiel ist. Du musst als Hertha BSC, als Unternehmen, als in dem Fall ein Stück weit auch Konzern sagen, nein, das verstößt komplett gegen unsere Regeln, gegen unsere Statuten, du bist hier nicht mehr Teil unserer Familie. Das musst du ganz klar herausstellen, weil, was haben wir denn für eine Welt draußen gerade? Es wird, also das, also ich war auch schockiert, ich dachte, das kann ich jetzt nicht glauben, aber das ist ein Weg, das ist nicht gut. Du setzt ja, pass auf, du setzt ja Maßstäbe für die Zukunft mit so einer Entscheidung. Nochmal, es geht, also mir haben ganz viele gesagt, Marius Gersbeck ist ein total netter Junge, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Als Verantwortlicher von Hertha BSC entscheidest du nicht über Axel Kruse, Marius Gersbeck oder was weiß ich auch immer. Du entscheidest, die Werte dieses Vereins, dass du die vertrittst und das heißt, nochmal, wenn du einen jungen Spieler oder Eltern, wie willst du denn Eltern erklären, wo du einen Spieler haben möchtest, der für uns spielen möchte, dass das, dass das einfach, okay. Da müsste man nochmal bei den Werten nachlesen, was da jetzt wirklich steht. Ja, das ist die Ebene, die ich noch kurz aufmachen wollte. Ich glaube, das ist zwar für einen Podcast nie so gut, wenn alle eine sehr ähnliche Meinung haben, aber an der Stelle ist es nun einmal so. Du hast gesagt, für den Konzern, das ist die eine Ebene. Für mich ist es auch tatsächlich sehr problematisch für die Werte des Vereins, weil Hertha, ich werde nie müde, das zu betonen, sich in den letzten Jahren, zumindest in Teilen des Vereins, wirklich positiv hervorgetan hat, mit einer Wertekultur, Kater der Vielfalt unterzeichnet und so eine Sache. Hertha hatte schon schwule Fanclubs im Stadion, da haben andere noch sonst was für Sprüche gemacht. Der erste Verein, der das hatte. Genau. Ganz super, ganz vorne an der Sache. Das spielt für mich da mit rein und dann natürlich auch, das ist auch schon angeklungen, in verschiedenen Befassungen mit dem Thema. Hertha ist in verschiedenen arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen mit anderen Leuten. Einer ist Freddy Bobic, den du gut kennst. Freddy Bobic, wesentlicher Vorwurf von Hertha, also an ihn ist ja vereinsschädigendes Verhalten. Da geht es nicht in unerheblichem Maße ja um einen Ausfall von Freddy Bobic gegenüber einem meiner Kollegen, der auch wirklich nicht in Ordnung war, der aber eine ganz andere Kategorie Fehlverhaltens ist, als das, was Marius Gersbeck gemacht hat. Das war verbal. Genau. Und deswegen... Um Spruch hinterher. Wir reden über völlig andere Themen. Genau. Es war trotzdem nicht gut. Und wie das bewertet wird und wie das bewertet wird, das ist schon... Es geht ja um die Maßstäbe, die Hertha setzt. Und Hertha setzt an verschiedenen Punkten aus verschiedenen Aspekten zum Teil sehr hohe Maßstäbe, die ich in manchen Punkten ausdrücklich begrüße. Das ist übrigens alles meine Privatmeinung, das ist ja klar. Aber an der Stelle ist das für mich überhaupt nicht passend. Ich möchte sagen, Axel, ich stimme dir auch völlig zu. Es ist eine maximale Errungenschaft in Deutschland, und dass wir auf Resozialisierung als Gesellschaft setzen, dass wir auf zweite Chancen setzen. Absolut. Das hat jeder verdient, auch Marius Gersbeck. Aber hier finde ich diese Hinhaltetaktik von Hertha und dieses offenkundige sich irgendwie durchlavieren wollen völlig unangemessen. Ja, also das ist ja... Das dauert ja schon zu lange. Auf den Prozess zu warten, das dauert ja alles zu lange. Wir wissen natürlich alle, Marius Gersbeck, die Vergangenheit. Ja, ist ja auch ganz besonders tragisch. Wir kennen auch seine Freunde, also von daher machen wir uns doch nichts vor. Rune Jahrstein wurde entlassen, weil er Arschloch gesagt hat oder angeblich Arschloch gesagt hat. Der wurde fristlos entlassen. Das ist Sunjic. Wenn das nicht Marius Gersbeck wäre, dann würden wir hier gar nicht mehr diskutieren. Und das beschäftigt mich am meisten, dass dieser Punkt da anscheinend wichtiger ist. Also von daher... Ich bin mal gespannt, wie das Ergebnis schlussendlich sein wird. Oder wird es die Zeit... klären, dass wir dann die nächste Sau durchs Dorf jagen, wenn wir eine finden. Also man holt ihn wieder ins Training am Donnerstag und am Samstag passiert irgendetwas, was wir jetzt noch nicht wissen. Dann ist der Montag kein Thema mehr, aber wieder im Training. So lange wird das gar nicht dauern. Also ich finde das... Man darf das nicht tun. Punkt. Es ist traurig. Es ist wirklich traurig. Und ich finde, das, was du gerade gesagt hast, Dirk, das ist genau richtig. Wir haben in den letzten Jahren wirklich viel falsch gemacht. Aber dafür haben wir als Verein eine ganze Menge richtig gemacht. Wenn ich sehe, wie viele Fanclubs sich da auch beteiligt haben. Wie gesagt, wir hatten den ersten schwulen Fanclub im Fuß und alles. Und Kater der Vielfalt, du hast das alles genannt. Und dann mit einmal schmeißt man das einfach so über Bord. Ja, traurig. Wir wissen, dass das auch im Verein kontrovers diskutiert wird und nicht alle gleich sehen. Gott sei Dank. Genau, das ist auch nie einfach. Ich will auch gar niemandem unterstellen, dass er oder sie es sich einfach macht. Aber das Ergebnis im Moment... Nee, finde ich jetzt nicht. Das ist total einfach. Nee, ja, aber dass man trotzdem einmal überlegt und dass das auch eine Rolle spielt. Aber was möchtest du denn da überlegen? Ja, du kannst... Nachts um drei ein angesoffener Torhüter haut einen anderen aufs Maul. Warum? Weil du... Also ich bin Profisportler. Das geht nicht. Genau. Das Ergebnis des Überlebens... Aber deswegen habe ich ja gerade nochmal gesagt, nochmal, du setzt mit dieser Entscheidung jetzt, ich weiß nicht, ob die sich dem nicht bewusst sind, Maßstäbe für die Zukunft. Das sind Maßstäbe für die... Wie willst du in Zukunft irgendwas sanktionieren? Wenn du da jetzt sagst, okay, das Gericht hat ja nur eine geringe Schuld festgestellt und naja, okay. Fangen wir wieder von vorne an. Auf Gericht hin oder her. Es spielt keine Rolle, wie das Gericht entschieden hat. Ich habe meine eigenen Werte als Unternehmen, als eingetragener Verein, als Konzern, whatever. Ich habe meine Werte und die setze ich durch. Und das, was alles gerade erzählt wurde, sind total wichtige, sozial qualitativ hochwertige Werte. Und auf einmal sind die weg. Interessant. Also muss ich das mal machen. Wir gucken, wie es weitergeht und wir gucken, ob wir uns mit dem Fußballer, Marius Gersbeck, in dieser Saison noch hier im Hauptstadtderby befassen werden. Möglich scheint das heute zumindest allemal. Aber Christian, jetzt befassen wir uns mit einer ganz anderen Kategorie in Anführungszeichen. In Lona der Woche. Denn ihr habt einen herben Verlust in den müssen als Verein. Also ganz, ganz traurige Geschichte. Letzten Freitag ist unser Günther Miel ist verstorben, der 96 Jahre alt wurde und unseren Verein eigentlich vom ersten Tag an begleitet hat und auch schon davor. Ich habe das heute Vormittag auch noch mal gelesen oder am Wochenende ein bisschen. Jetzt schon 1936 auf dem Gelände aktiv auf Fußball gespielt und hat quasi die Region mit dem Stadion und mit der Gründung von unserem Verein nie verlassen. War vom ersten Tag an dabei, gleich in führender Funktion, auch 1966. Zwischendurch auch Präsident und ganz, ganz wichtiger Ansprechpartner für unseren Präsidenten, jetzt Dirk Zingler und auch für unseren Oskar Kosche, Geschäftsführer, die dort immer wieder mit ihm den Austausch zu den Werten, zu den grundlegenden Themen, die Union eigentlich auch ist, sich immer wieder hingesetzt, ausgetauscht und Günther war ja auch fit und Fidel, ich habe ihn damals auch noch kennengelernt, ohne jetzt tiefe Erinnerungen noch zu haben. Aber man hat es gesehen in den sozialen Netzwerken, dass viele, viele Mitarbeiter dazu auch was geschrieben haben und wirklich eine tiefe Trauer da ist und umso schlimmer und es kommt jetzt noch oben drauf, dass er Dienstag dieses Champions-League-Spiel jetzt nicht mehr sehen kann. Er will sicherlich von oben zugucken, wie es dann immer so schön heißt, aber er ist halt nicht mal live und in Farbe dabei und hat dieses Mega-Ereignis, wo er wahrscheinlich auch nie mit gerechnet hat. Leider kann er das nicht mehr erleben und das hat jetzt den Spielern selbst nicht, weil die diese nie nicht haben können, aber der ganzen Union-Familie mit den Menschen dahinter, die da seit 20 Jahren aktiv an diesem Erfolg ackern, also das hat gesessen. Das muss man ganz klar sagen. Ja, mehr kann man dazu wahrscheinlich nicht sagen. Was ich auch, was bei mir nachhalt, ist auch dieses, dass du sagst, den Spielern, und das ist jetzt nicht böse gemeint, bedeutet ein solcher Verlust natürlich in der Regel gar nichts. Die wissen gar nicht, wer das ist, aber für so einen Verein können solche Menschen eine große Stimmung haben. Ja, vielleicht hat es vielleicht ein bisschen... Wollte ich gerade sagen, die lange dabei sind und alle, also von daher... Es sind ja nicht so viele, ja, durch die Dauerrotation hast du den einen oder anderen, aber allerdings macht sowas auch mit dem Sebastian Bönig etwas, der schon Ewigkeiten dabei ist. Ja. und so eine Susi Koplin, die auch schon als Ewigkeiten dabei ist und das ganze Thema ja kennt, die dann aber auch die Mannschaft natürlich trotzdem positiv gestalten müssen, an einem Freitag für einen Samstag spielen und das kann ich mir vorstellen, wird dann schon ein bisschen anders gewesen sein. Ja, weil auch beim Chris Arbeit, da war wirklich eine tiefe Verbundenheit da zum Günther und das kann nicht spurlos vorbeigegangen sein. Rein sportlich wäre mein Unioner der Woche übrigens ein Ex-Unioner gewesen, Julian Rierson. Dieses Tor von Dortmund gegen Hoffenheim, da in der Schlussphase, wo wirklich fünf von sechs Fußballern einfach auf dem Weg zu dem Tor umgekippt werden und der läuft, weiter, läuft, weiter, läuft, weiter und schießt den rein. Also ist für mich im Moment neben dem Heidenheimer Freistoß eigentlich Kandidat fürs Tor des Monats. Ganz anderes Tor, aber wahnsinnig toll gemacht. Ich habe es leider nicht gesehen. Gucke ich mir jetzt nochmal irgendwo an. Wo kann ich es mir angucken? Mach doch nochmal gleich mal Werbung für die ARD. ARD-Mediathek. 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 Höhepunkte aller Bundesliga und... Bei dir ist nochmal WLAN-Ausweis. Internet... Was ist WLAN? Ruhe. Alle Bundesliga- und Zweitligaspiele in der Video-Zusammenfassung ab 0 Uhr Montag morgens oder 0 Uhr Sonntagnachts, wie man es nimmt, in der ARD-Mediathek und bei sportschau.de und ich weiß nicht, Axel, ob es überhaupt, also gleiches Recht für alle, aber der Jingle heute ein bisschen leiser, aber läuft. Herr Tana der Woche. Hilfst du mir? Nicht so leicht. Warte mal, ich hatte zwischenzeitlich mal in dieser Woche eine Idee. Ihr habt doch jemanden verabschiedet nach 36 Jahren. Ja, natürlich. Bitte. Der Prinz hat diesen Sommer genossen, oder? Fandst du nicht? Ich finde, der Prinz war ganz schön... Hat es schon gegessen? Gab es schon? Nein, aber man hat schon gesehen, so ein rundes Köpfchen. Ja, passiert ja. Immer so ein bisschen... Jetzt muss man da tun, hat er sich auch verdient. Unstrittig. Wie viele Jahre war der Profi auch? Wahrscheinlich 15 oder 17, keine Ahnung. Hat er sich verdient. Ja, war sehr emotional. Die Verabschiedung, genau. Wir haben den Prinzen... Eigentlich hätten wir ihn letztes Jahr vielleicht öfter haben wollen als Herr Tana der Woche, dann machen wir es dieses Jahr. Tolle Karriere, muss man wirklich sagen. Also so viel hat er für Hertha jetzt nicht gespielt, glaube ich. Im ersten Bundesliga-Jahr war er nur ein halbes Jahr für gutes Geld verkauft und dann nochmal zurückgekommen. Aber er ist ausgebildet worden hier in dem Verein. Da habe ich eine Anekdote. Ich habe mein A-Jung-Spiel geguckt und da spielten Boateng Ebert. Und ich dachte so nach 20 Minuten, was ist das für ein unfassbarer Fußballspieler? Was ist denn jetzt, links- oder rechtsbeiner? Was macht der denn für ein Tempo? Ich muss sagen, auch in diesem A-Jung-Spiel, ich glaube, das war sogar gegen unsere Truppe, das war unfassbar, was der Junge da schon abgeliefert hat. Und diese Intensität und dieses im Mittelpunkt stehen und dieses Spielansichreiches und diese Type, dieses Ausstrahlen von ich bin jetzt hier der Anführer, hattet ihr ja damals schon. Tolle Karriere, Riesentyp. Na vor allem, du musst eins sagen. Mein Name war ein bisschen drüber, aber das gehört halt dazu. Also mir hat das gefallen. Ein bisschen drüber waren wir alle irgendwann mal. Mir hat das gefallen. Er hat schon von Beginn seiner Karriere Probleme mit dem Knie gehabt und dass er überhaupt so lange durchgehalten hat. Ja genau, diese O-Beine und so, dass der das durchgehalten hat. Und stand ja dann auch irgendwann mal am Scheideweg, muss man ja auch mal sagen. Wie du sagst, viel Theater gemacht immer irgendwie und ich habe das mal so mitgekriegt. Paul an Ballack ging ja auch nicht spurlos an ihm vorbei. Ja, aber da war er ja schon wieder auf dem Aufsteigen. Er war schon mal besser. Genau, weil er war so ein bisschen am Scheideweg gestanden und Roger Wittmann hat mir mal erzählt, dass er ihn dann übernommen hat als Berater. Und dann wurde es dir besser? Ja, hat ihm endlich mal die Wahrheit gesagt. Also es gibt ja ganz viele Berater, die sagen dir ja nicht die Wahrheit. Und er hat mir gesagt, er hat ihm erst mal gesagt, du bist ein toller Fußballer, aber was hast du denn bisher erreicht? Ich finde es ja gut, wenn Berater dir sagen, Und die Jungs, wenn du zuhörst, perfekt, ja. Ja, genau, dass du richtig zuhörst und sagst, pass auf Junge, entweder machst du jetzt das, arbeitest an dir, siehst das als Beruf oder du wirst ganz schnell in der Versenkung verschwinden und ich glaube, er hat zugehört, weil wenn man mal sieht, die Vereine hatte, die er hatte, Barcelona, AC Milan, also das ist schon ein großes Kino. Absolut. Absolut. Und immer wieder schön So viele Herthaner gab es da von dich, die das erlebt haben. das muss man ganz klar sagen. zu unterhalten, einfach auch ein spannender Typ, der Hertha. Kannst du ja hier mal einladen, vielleicht. Ja, die können wir mal machen, hast du recht. Also mal gucken, da würde man dann auch feststellen, wie sich die Dinge verändert haben. Also in den letzten Jahren bei Kevin, wie wir ihn ja nennen, weil wir ihn schon so lange kennen. Der kennt mich gar nicht, wo ist meine Kamera da? Also der hat mich vergessen, ist doch klar. Aber damals, als er ein junger Profi war, war ich auch noch oft bei Hertha am Trainingsgelände und da hieß dann auch Kevin. Aber Kontaktaufnahme zu Prince schon bisher über seinen Manager. Mal gucken, ob sich das in einem Jahr immer noch so darstellt. Wollte ich gerade sagen, mal gucken, vielleicht hat er gar kein Management mehr, weil auch der Prinz wird schnell merken, wenn man so mit Fußball aufhört, vorher hat man da hinten aber eine riesen Bagage hinter sich und dann mit einmal machen. Sehr übersichtlich. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war es auch so, dann hat man sich überlegt, oh, wo sind die denn alle? Wo sind denn die alle, die immer da waren? Die waren dann alle weg, die standen bei dem anderen im Rücken hinten drin. Gibt aber Ausnahmen, dann und wann arbeiten wir ja noch mit Bastian Schweinsteiger zusammen. Bei dem stehen noch ein paar dahinter. Aber das ist auch eine andere Kategorie. Das ist eine reine Liga. Ganz genau. Also no offense, Kevin, aber der Spieler Schweinsteiger ist da noch was anderes. Übrigens auch wahnsinnig nett, aber da kommen halt noch ein paar mit. So ihr Lieben, während ihr euch einen Satz vorschauen für Herters und Unions Ruhrpottwochenende überlegt, werde ich euch Netz-Aficionados auf unser neues digitales Angebot hinweisen, denn wir haben uns entschieden, ach wisst ihr was, dieses Instagram, das machen wir jetzt einfach auch noch mit. Also wer bei Instagram ist, so wie Christian Weg, kann da mal suchen nach rbb-Fußball und da gibt es ab sofort auch sehr schöne Insta-Inhalte von dieser Redaktion. Gelegentlich vielleicht auch mal eine schicke Zitattafel mit einem flotten Sprüchlein aus dem Hauptstadtderby. Kommt immer darauf an, wie flott die Protagonisten verbal jeweils drauf sind, aber die nächste Chance gibt es jetzt, denn mit Blick auf die kommenden Aufgaben zum Vorspiel. Haben wir also ein Wochenende, an dem sowohl Hertha als auch Union in den Pott fahren. Ihr Sonntag 13.30 auf Schalke, Freilos, wie wir sagen. Ihr hingegen alles andere als ein Freilos, denn über Borussia Dortmund, ja, über Borussia Dortmund wurde anfangs der Saison viel, viel, viel geschimpft. Nach dem Freitagabendspiel waren sie sogar Tabellenführer. Und verloren haben die noch gar nicht. Also. Ganz leichtes Spiel im Grunde. Dann sag doch mal deinen Einsatz. Es wird ein leichtes Spiel, weil da erwartet wahrscheinlich niemand mehr etwas Wirkliches und vielleicht ist das ja der Opener, dass das ergebnistechnisch wieder besser wird. Weil darum geht es am Ende. Aber ich glaube, man fährt da wirklich mit keiner Erwartungshaltung mehr hin. Wenn du fünf Niederlagen hattest, mal sehen wir es Prager jetzt, wenn es Spiel wird, selbst wenn es gewinnt gegen Prager. Dortmund nicht verloren. Top-Mannschaft über Stadion, über alle Dinge brauchen wir bei Borussia Dortmund. Das wird man glaube ich nicht philosophieren. Ja, aber jetzt. Aber doch, das musst du auch dann irgendwann wieder akzeptieren, dass du denn diese Wahrnehmung erst wieder erarbeiten musst, zu sagen, okay, ich fahre jetzt nach Dortmund und nehme da was mit. Aber Axel, Union Berlin mit dem Track Record der letzten zwei, drei Jahre, die in jedem Stadion, wo die aufkreuzen, muss doch der Anspruch sein, dass wir hier was mitnehmen können. Ja, die wissen ja auch mittlerweile, dass sie in jedem Stadion, wo sie aufkreuzen, was mitnehmen können. Und du hast es gerade gesagt, Borussia Dortmund hat von den Ergebnissen her top gespielt, hatten aber Schwierigkeiten, aber wie du gesagt hast, auf die Ergebnisse kommt es an. Ja, null Gewinn. Ganz genau. Und ich glaube, wenn Union es schafft, hinten mal keinen Sonntagsschuss reinzukriegen oder überhaupt keine Fehler zu machen, dann wird das auch schwierig für Dortmund. Dortmund, die sagen sich doch, naja, Union, schwierige Phase, fünfmal hintereinander verloren, also müssen wir gegen die gewinnen. So, und in dem Fall, wie gesagt, zu null halten. So dreht sich das Erwartungsblatt. Und wie du sagst, die Erwartungshaltung ist jetzt nicht so hoch. Außenrum, intern, glaube ich, rechnet man sich immer was aus. Aber das ist ja nicht, alle Mosaiksteinchen gehören dazu. Stadion, Atmosphäre, innerhalb, außerhalb. 55 zu 45 Prozent, aber nur, weil Dortmund zu Hause spielt. Und von daher, ja, sehr interessante Spiel. Womit wir dann beim sonntäglichen Freilos für Hertha BSC wären, denn was Schalke 04 da gerade im Moment abliefert, ist ja wirklich, also ihr mögt die ja nicht. Gelsenkirchen, wir dürfen doch nicht Schalke 04 sagen. Gelsenkirchen. Ich bin Sportjournalist. Hast du doch eine blau-weiße Tasse da heute mal. Das ist eine Inforadiotasse. Ach so, ich dachte schon, das wäre eine Hertha-Tasse. Ich habe mich schon gefreut heute. Dann hätte ich schon was gesagt. Ich habe wieder mein rot-weißes T-Shirt an, für das es Zuschriften gab. Aber Union tat mir so leid, kein Witz, dass ich dachte, nach fünf Spielen Niederlagen muss ich auch hier von meiner neutralen Position aus was tun und habe das Unioner Glückst-T-Shirt hatte ich zum Beispiel, hatte ich an, bei mehreren ganz wichtigen Spielen. Zum Beispiel am Tag der Champions League Qualifikation hatte ich dieses T-Shirt im Stadion an. Liebe Unioner, hat er bei uns nie gemacht. Das hat er bei uns nie gemacht. Das blau-weiße Shirt hat er bei uns nie angehabt, kurz vor dem Abstieg. Jetzt gilt es in Kirchen. Also Schalke, oder wie zerlegt sich in der Mannschaft selbst. Die haben noch keinen neuen Trainer, die nehmen immer noch den alten. Das finde ich übrigens auch ganz geil. Der war doch Co-Trainer bei Reis, oder? Und der erzählt jetzt genau, wie es richtig geht vorher. Was hat er vorher gemacht? Toilette? Oder wo war der? Also super für uns, super. Und wie du sagst, frei los. Zack. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind wir wieder bei diesen beiden Hightech-Lappen, die hier liegen. Nein. Das Hertha- und das Union-Trikot. Wir haben etwa 350 E-Mails von Leuten bekommen, die das Trikot, ich habe schon in meinem Leben ein paar Verlosungen so im Radio oder im Fernsehen durchgeführt. Das ist viel. Die wollten aber das Trikot. Das glaubst du doch nicht selbst. Das Schönste ist, manche haben geschrieben das Union-Trikot, manche haben geschrieben das Hertha-Trikot, manche haben geschrieben, dass sie im Sinne unseres Podcasts sich über also was auch immer freuen würden. Sag mal, ist das denn hier, weil du hast es ja ein bisschen gehört, ist das inklusive hier, das Portemonnaie, das Portemonnaie von Herrn Walzhoff? Das ist so fett, wenn ihr das in der Hand, das ist richtig, also ich habe richtig Schwierigkeiten, das hat er hier drunter gelegt. Du, wir sind durch die letzten Sekunden Nein, 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 ich wollte es nur noch mal sagen, dass du ein fettes damit man das Wappen sieht. Dass du ein fettes Portemonnaie hast, wollte ich damit sagen. Ja, stimmt überhaupt nicht. Es ist nicht fett. Es ist sehr schön. Das hat mir meine Frau letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt. Du hast es auch gesehen. Dickes Portemonnaie. Ach, bitte sag mal ruhig jetzt. Okay. Also, wir können natürlich nicht 350 E-Mails mit einem öffentlich-rechtlichen Zufallsprinzip hier vorsortieren. Das sprengt unsere technischen Möglichkeiten. Wir haben also anders vorsortieren lassen und jetzt habe ich mir was Lustiges ausgedacht. Ganz viele haben übrigens deswegen auch noch mal Danke an alle, die an Hauptstadtderby at rbb-online.de geschrieben haben und diese Woche konnte ich wirklich nicht allen antworten. Wie gesagt, hohe Zahl. Und ganz viele und euch haben uns total nette Sachen geschrieben oder vor allem natürlich Axel und Christian, weil die ja die Helden dieses E-Post sind zu 150 Folgen Hauptstadtderby. Das fand ich wahnsinnig nett und manche haben das eben verbunden mit der Frage, ob sie was gewinnen können. Ihr nennt mir jetzt bitte beide eine Zahl zwischen 1 und 11. Die 1 und die 11 gehören mit dazu, weil ich nämlich sozusagen für jeden 11 vorsortiert habe in einem Vorlosverfahren und dann geht's los. Also Christian, nenn mir doch bitte mal eine Zahl zwischen 1 und 11. 3. Dann gucken wir doch mal, was wir hier haben. Oh, das ist aber eine lange Mail von Clemens Müller als ehemaliger und jetziger Randköpenicker. Bin ich dem FCU schon seit den Zeiten von Jimmy Hoge und Mäcki Laug verbunden. Gemeinsam mit meinem Sohn war ich beim letzten Heimspiel des FCU in der DDR-Oberliga. Und dann schreibt er noch ganz viel anderes. Ich höre und so weiter. Jo, Clemens, aus Zeitgründen kann ich das nicht mehr alles vorlesen, aber das sieht mir doch nach einem glücklichen Gewinner aus. Und Axel, immer mal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, jetzt bist du bitte eine Zahl zwischen 1 und 11. Lieber Axel? Ich nehme den Spielmacher die 10. Das ist ja lustig, denn den Namen kenne ich. Das ist ganz schön. Denn hier schreibt jemand, Hallo, liebes Hauptstadtderby, ich höre euren Podcast immer sehr fleißig und wollte an eurer Verlosung für das Hertha-Trikot teilnehmen. Liebe Grüße, euer Ex-Schülerpraktikant Selim. Und ich kann euch nur sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kennt uns lang genug, wir bescheißen nicht. Das ist jetzt schlichtweg ein Riesen-Zufall, aber Selim war ein ganz, ganz netter Praktikant und ich meine, das ist ein Schüler, der kann sich so ein Trikot wirklich nicht leisten. Genau. Selim, du hast gewonnen, hör uns weiter zu. Okay. Cool. Dann haben wir das auch hinter uns gebracht. Die Folge 151 ist im Kasten, wir sind nächste Woche wieder für euch da. Ich bin Dirk Weilsdorf vom rbb Sport. Alle weiteren Mails gerne an hauptstadtderby at rbb-online.de. Ich verspreche jetzt schon, weil das mit dem Verlosen so einen Spaß gemacht hat, zur Weihnachtsfolge besorge ich nochmal irgendwelche Geschenke und die gehen dann andere Hörerinnen und Hörer. Christian, viel Glück morgen. Ja, danke. Ich bin eingeladen worden vom Verein, freue mich sehr. Wirklich? Oh, der feine Herr Weg. Ja, wie ist das? So läuft das. Muss ich auch sagen, viel Spaß. War ich sehr, sehr abfreundet. Wer ist denn dein Plus Eins? Wieso nicht Kruse, wieso nicht ich? Ich habe meine Tochter mit, die möchte unbedingt. Familie, number one, seid da raus. So ist es. Ich dachte auch, wir wären Familie, aber gut. Ah ja, gut. Also mit dieser nüchternden Erkenntnis. Das haben wir dann jetzt auch erfahren. Ja, gut. Alles klar. Axel, ich wünsche dir viel Spaß morgen beim Union anfeuern, wie das so deine Art ist in der Champions League. Das haben wir ja gelernt. Danke, Axel. Finde ich gut. Kommt nicht mehr vor. Alles klar. Ich habe morgen keinen Besuch, also von daher kommt das nicht mehr vor. Wir hören uns nächste Woche, Leute. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.